Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du diesen Clip schaust. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ob es Elfen gibt oder Feen und wie sie aussehen, wo sie sich aufhalten? Wenn dich das interessiert, dann habe ich hier was für dich und komm doch mal mit. Ich möchte dir was zeigen. Als erstes solltest du aber wissen, es geht darum, wieder sehen zu lernen. Und zwar nicht die Materie, die uns so bekannt ist, die wir überall schnell wahrnehmen, sondern es geht um das Sehenlernen der Räume dazwischen auf einer anderen Frequenz. Ich gebe da wunderschöne Kurse zu, zum Beispiel den Kurs Hellsehen, Hellfühlen. Und da geht es dann darum, dass du auch Energien siehst. Also im Grunde genommen ist es ein neues Sehen, ein neues Kennenlernen. Und wenn du wie ich hier in der Natur bist, dann ist es gut, wenn du nicht einfach nur dich da hinsetzt und mal so sagst, so, in den nächsten fünf Minuten möchte ich gerne hier was sehen. Die Natur stellt sich lebendig auf dich ein. Die Pflanzen, die Bäume, aber auch die Tiere, Sträucher, Büsche, alles nimmt dich wahr. Und es braucht meiner Erfahrung nach circa 20 Minuten, bis sie dich in der Energie mit aufgenommen haben und das gesamte Umfeld mit den Wesen dann auch sich wieder zeigt. Okay, ich mache mal einen kleinen Schwenk hier und möchte mal die Kamera wechseln. Und da wird es dann spannend. So. Also, was Elfen und Feen mögen, ist sanftes Wasser. Langsam fließend, manchmal auch leicht stehende Gewässer. Aber auch Hügel, Moos, Blätter, Gräser, Büsche, Fahne, Hügel, einfach ursprüngliche Natur. Und wenn du sie sehen möchtest, öffne deinen Blick, indem du willelos einfach nur schaust, ohne die Absicht zu haben, ich muss was erkennen, ich muss was finden, sondern einfach nur in der Absicht sein und in der Bitte sein. Dann zeigt doch doch, zeigt euch doch mal bitte, wie seht ihr aus? Ich bin neugierig, ich möchte euch kennenlernen. Möchtet ihr, darf ich euch erkennen, darf ich euch wahrnehmen? Also Fragen stellen, wie seht ihr aus? Und das wird mitunter dran spannend. Und wir müssen, wir gehen ja immer davon aus, wir sehen diese Naturwesen, Geisteswesen, nur in der Natur. Das stimmt gar nicht. Sie sind sogar auch bei uns mitunter. Sie sind diejenigen, die uns gerne an der Nase kitzeln und zum Niesen bringen, kleinen Schabernack mit uns treiben. Ich hatte mal vor zehn Jahren einen Fersensporn und war erstaunt, und dass da mehrere Elfen und Feen dabei waren, das zu heilen. Also sie sind auch bei uns und können auch heilentätig sein. Ist das nicht schön? Wenn man das weiß, kann man sich darauf einlassen und sich dann auch dafür bedanken, für die Heilung, die durch sie geschieht. Und hast du dir mal Gedanken gemacht, wie sie aussehen? Sind es wirklich so diese Doppelflügler oder diese Tinkerbell mit Röckchen und was ich, schwebend? Wenn du es gerne wissen möchtest, wie sie aussehen, dann nimm dir auch Zeit und verschwinde nicht nach fünf Minuten und sag, oh schade, ich habe nichts gesehen, ich habe es ja probiert. Und wenn du mutig bist, gehst du vielleicht noch ein zweites Mal los und sagst, ich habe es mir einfach probiert. Du kannst sie entdecken. Sie lassen sich auch gerne entdecken. Und was meinst du? Treten sie in Gruppen auf oder kommen sie gerne alleine? Gibt es da auch Hierarchien? Gibt es da auch so eine Gruppenführerin? Gibt es männliche Feen? Sind das dann fair oder wie heißen sie? Ist die Welt überhaupt schon reif für männliche Feen? Fragen über Fragen. Aber es gibt Antworten darauf. Und es gibt sogar ganz leichte und einfache Antworten. Also es ist kein Geheimnis. Aber ich frage mich, interessiert dich das, was ich hier mache? Möchtest du mehr darüber wissen? Und wenn ja, dann freue ich mich auf dich. Dann folgen wir gerne auf YouTube. Abonniere meinen Kanal. Und in der Infobox findest du weitere Veranstaltungen und Links. Also sonnige Herzensgrüße zu dir. Und denk dran, Seelenfrieden ist unser Geburtsrecht. Lass uns ihn jetzt einfordern und empfangen. Ciao. Ciao. Vielen Dank.